Die letzten Tage haben wir ja hier das Amaflex und vorher das Alubotyl eingeklebt und jetzt haben wir uns noch so einen Teppich hier zurecht geschnitten. Den kleben wir jetzt noch da drauf, damit wir da dann auch Taschen und alles mögliche drauf packen können. Und das zeigen wir euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.